Stuttgart Stuttgart ist ein sehr höchst geführter Verein, ein guter Verein, das wäre schlecht, wenn man da irgendwas nachteilig sagen würde. Aber Schalke ist Religion. Schalke ist der geilste Klub der Welt. Wie von fast allen Jungs war auch mein Traum hier mal beim BVB zu spielen. Schalke ist meine Familie, meine Kinder. Ich bin von Opa schon in der Glückaufkampagne entführt worden und seitdem bin ich Schalker. Nichts ist besser, wie Schalker zu sein. Die haben blaue Trikots, wir haben gelbe. Manche Leute in Dortmund mögen Schalke nicht so, manche in Schalke mögen Dortmund nicht so. Trotzdem sind wir alle aus dem Rohrpott und gehören doch irgendwie zusammen. Das ist alles vermagert, durchdacht und geplant. Also wenn ich mir überlegen würde, bei welchem Trainer hätte ich eigentlich das Zutrauen, dass der mich auch stärkt, wenn es mir mal schlechter geht. Das wäre Jürgen Klopp, das wäre nicht Margat. Ich bin mir gelbert. Das wäre jürgen Klopp, das wäre jürgen Klopp.